Warum hört Günter Gras jetzt mit dem Rauchen auf? Weil er sich auf seine Schwarz-Weiß-Fotografie konzentrieren möchte. Insbesondere Selbstportraits mit Lesebrille und Pfeife. Ganz nach dem Motto, ceci n'est pas un pipe. Das war Französisch. Was wird aus Jürgen Klopp? Er wird sich mit Janis Wakufakis brüderlich die Haare teilen. Er wird einen neuen Hamburger Sportverein gründen und ihn besser, besser, besser machen. Er wird bei der Lufthansa eine Pilotenausbildung beginnen. Er wird Günter Gras Pfeife weiter rauchen. Sich endlich eine neue Dunstabzugshaube in seine Küche einbauen lassen. Die alte ist vor lauter Erfolg schon völlig verspakt. Das Klavierspielle lernen. Zum Beispiel verschiedene Stücke von Clara Schumann, die ja auch für ihren Mann Johannes Brahms viele Stücke geschrieben hat. War gar nicht Johannes Brahms. Das war natürlich Herr Schumann. Was denkt ihr? Tor 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Oder alles zusammen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.